Wink gerade aus Freiburg raus, keine Aufnahmen machen können, mies, im Auto sitzend, naja. Na, zaut euch das an. Tunnel, Tunnel. Und noch mehr Tunnel. Der Tunnel führt halt und auch Freiburg rein und raus. Moin Leute, was geht ab? Ich bin jetzt gerade in Donau-Eschingen. Direkt vor der Donauquelle. Seht euch das dran, Leute. Die Donauquelle. Ein Hund. Und hier die Donauquelle. Steht sogar ... also da, so auf dem Schild, Donauquelle. Ja ... ja ... Donau-Eschingen. Ich war hier schon lange nicht mehr. Für die, die sich fragen ... also, die das jetzt nicht wissen, hier entspringt nämlich dann der Fluss, die Donau. Wie genau, weiß ich nicht. Aber ja ... Jo Leute, was geht? Bin gerade auf dem Parkplatz in Villingen, Schwenningen ungefähr. Ja, ich war jetzt nicht so weit, auf dem Parkplatz beim Burger King von ... ... hier irgendwo ... Villingen oder Schwenningen, was auch immer ... Ich glaub, Schwenningen ... So Leute, jetzt stehe ich vor der größten Kugusuhr der Welt. Angeblich. Ich weiß nicht, das sagen viele, aber auf jeden Fall ... Da steht's auch noch auf dem Schild, die größte Kugusuhr der Welt. Riesig, ne? Ha ... Also das ist dann mal auch heftig. Die hat einen ... also ja, hier einen funktionierenden Pendel einfach. Ziemlich krass. So, in Hornberg angekommen. Und hier einfach die größte Toilette der Welt.